KICK OFF SA KULTURO POSDRAULENI POSDRAULENI Mein Name ist Anna Grils und ich begrüße Sie zur neuen Episode von KICK OFF SA KULTURO der kulturpolitischen Radiosendung der IG KICK. Im Namen ist Anna Grils in POSDRAULENVAS CANOVI Episodi KULTURNOPOLITICINE RADISKE ODAIE IG KICK KICK OFF SA KULTURO Ein Spaziergang durch die Landesstädte kann sich von einem netten Zeitvertreib schnell in ein unangenehmes Zusammentreffen mit der österreichischen Kultur- und Erinnerungspolitik verwandeln. Ist man in Klagen vor Zellorwitz, reicht zum Beispiel bereits ein Blick auf einige Straßentafeln. So ist die Dr. Wutterstraße nach dem nationalsozialistischen Landeshistoriker und Erfinder der windischen Theorie Martin Wutter benannt. Die Dr. Franz Pallergasse wiederum trägt den Namen eines Arztes, welcher von 1940 bis 1945 für die Durchführung des nationalsozialistischen Eugenikprogramms zuständig war und Zwangsabtreibungen und Sterilisationen an zahllosen, unwilligen Menschen durchführte. In Villach-Beliak brachte man zwischen 2019 und 2020 rund 270 Informationstafeln in Straßen mit historisch belasteten Namen an. In 16 der Straßen wurden im Anschluss an die Prüfung der NamensgeberInnen durch den Historiker Werner Koroschitz aufgrund der übermäßig starken historischen Belastung noch genauere Informationstafeln angebracht. Diese Problematik finden wir jedoch nicht nur bei der Benennung von Straßen. Vielerlei Kulturgut ist historisch belastet und verherrlicht Personen, welche für Minderheitenfeindlichkeit, Rassismus, Frauenhass, Homophobie, Kolonialismus und Antisemitismus stehen. Diese Kulturgüter sind überall. Im öffentlichen Raum, in den Museen, in den Schulen, in den Mündern. Wie kann man also mit ihnen umgehen? Was gibt es für Strategien in der Handhabung mit diesen Kulturgütern? Was soll entfernt, was ergänzt, was neu geschaffen werden? In dieser Episode werden wir uns dem Thema anhand von drei Beispielen nähern. Spre hot po deželjnih mestih se lahko hitro spremeni iz prejetnega kratkočasenja v zoprno srečanje z avstrijsko kulturno te spominsko politiko. Če si v celovcu, je naprima že dovolj, da pogledaš nekatere ulične tablice. Dr. Wutte Strasse je poimenovana po nacionalsocialističnemu državnemu zgodovinarju in izumitelju vindžišarske teorije Martino Wutteju. Dr. Franz Palaga se je pa nosi ime zdravnika, ki je bil odgovoren za izvajanje nacionalsocialističnega programa Evgenike od leta 1940 do 1945 in je izvajal prisilne splave in sterilizacije pri neštetih nejevoljnih ljudeh. Med letoma 2019 in 2020 je bilo v Beljaku postavljenih okoli 270 informacijskih tabel na ulicah z zgodovinsko obremenjenimi imeni. V 16 ulicah so po raziskavah zgodovinarja Vernarja Korošica zaradi prevelike zgodovinske obremenitve namestili še podrobne še obvestilne table. To problematiko pa ne najdemo le pri poimenovanju ulic. Številne kulturne dobrine so zgodovinsko obremenjene in poveličujejo ljudi, ki so zastopali, zastopale, so ražnost, domanšin, rasizem, mizoginijo, homofobijo, kolonializem in antisemitizem. Te kulturne dobrine so povsod v javnem prostoru, v muzejih, v šolah, v ustih ljudi. Kako torej ravnati z njimi? Kakšne strategije obstajajo? Kaj je treba odstraniti? Kaj dodati? Kaj na novo ustvariti? Eines der bekanntesten historisch belasteten Denkmäler Österreichs ist wohl das Karl-Luega-Denkmal in Wien-Dunai. Luega begründete die christlich-soziale Partei und war Bürgermeister Wiens. Gleichzeitig gilt er als ein Miterfinder des politischen Antisemitismus sowie Populismus und hat Hitler in jungen Jahren beeinflusst. Meermanns wurde versucht, das Denkmal zu kontextualisieren. Es wurde zum Beispiel eine Informationstafel angebracht und die KünstlerInnen Nicole Six und Paul Petric versuchten mit einer temporären Installation den Luega-Kult in der Stadt zu thematisieren. Nun soll das Denkmal nach einem Konzept von Clemens Willidal aus dem Jahre 2010 um 3,5 Grad nach rechts gekippt werden. Sowohl das Denkmal selbst als auch die Kontextualisierungsversuche stießen immer wieder auf Kritik. Jüdische Verbände und Shoah-Überlebende fordern zum Beispiel seit langer Zeit die Entfernung der Luega-Statue, die Umbenennung des Platzes sowie die Errichtung eines Erinnerungsortes gegen Antisemitismus. Eten najbolj znanih skodovinsko opremenjenih spomenikov v Avstriji je verjetno spomenik Karlo Luegarju na Dunaju. Luega je ustanovil krščansko-socialno stranko in bil župan Dunaja. Ob enem velja za soizumetelja političnega antisemitizma in populizma, ter je v mladosti vplival na Hitlera. Spomenik so večkrat poskusili kontekstualizirati. Tako so naprimer postavili informacijsko tablo, Nicole Sicks in Paul Petrič pa sta za začasno instalacijo poskušala tematizirati kult o Luegarju. Leta 2024 se naj po konceptu Clemenza Vili dala nagenje spomenik za 3,5 stopinje na desno. Tako spomenik sam, kot tudi poskusi njegove kontekstualizacije, so bili večkrat kritisirani. Viktoria Borohov, Präsidentin der jüdischen österreichischen HochschülerInnen, meinte bezüglich der geplanten Neigung des Denkmals in einer Aussendung, Die permanente Kontekstualisierung ist ein Schlag ins Gesicht für die Betroffenen von Antisemitismus. Die klaren Forderungen von jüdischen Verbänden und Shoah-Überlebenden nach Entfernung, Umbenennung und Umwidmung wurden abermals missachtet. Mit der mutlosen Lösung der minimalen Schiefstellung hat die Stadt Wien eine weitere Chance verdan, den Antisemitismus Luegas klar zu thematisieren. Auf die Frage, wie mit dem Denkmal umzugehen sei, sagte sie dem Wien-Museum-Magazin, Ein Problem am Luega ist auch seine Präsenz. Denkmal und Platz sind nicht irgendwo in einem Außenbezirk, sondern im Herzen Wiens. Viele Leute gehen täglich daran vorbei und zudem ist das Denkmal ein Sammelort und Identifikationspunkt für Rechtsextreme. Allein das wäre schon ein Grund, diese Statue zu entfernen. Es ist immer ein Schlag ins Gesicht. Am historisch belasteten 20. April dieses Jahres wendete sich ein Personenkomitee mit zahlreichen namhaften AutorInnen, darunter unter anderem Robert Menasseh und Doren Rabinovich, mit der Forderung nach einer Neuausschreibung der Niederösterreichischen Landeshymne an die Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner. Grund dafür war der nationalsozialistische Hintergrund des Hymnenverfassers Franz Karl Ginski. Es sei Zeit, mit einer neuen Hymne in der Gegenwart eines weltoffenen demokratischen Niederösterreich anzukommen, schrieben die AutorInnen. Das Land kündigte infolgedessen eine wissenschaftliche Aufarbeitung an. Daraufhin publizierte die IG AutorInnen einen offenen Brief, welcher auch die Landeshymnen von Oberösterreich, Kärnten-Kuruschka und Salzburg als belastet auflistet. Alle vier würden einer gründlichen Neuüberlegung bzw. der Neuformulierung bedürfen, schreibt die Interessensgemeinschaft. Zuletzt wurde dann auch die burgenländische Hymne unter die Lupe genommen und man fand wieder braune Flecken. Na dan, ki je zgodovinsko obremenjen, torej 20. aprila, se je letos skupina oseb, med njimi številni znani avtori avtorice, kot so Rubat Menase in Doron Rabinoviči, obrnila z zahtevo po ponovnem raspisu za niže avstrijsko deželjno himno na deželjno glavarko Johano Miklejtna. Razlog zahteve je nacionalsocialistična ozadja avtorja himne Franca Karla Ginskeja. Avtori avtorice pišejo, da naj nova himna izraža odprtost in demokratičnost nižje Avstrije. Dežela je na to napovedala znanstveno raziskavo. IG Autorinen Autoren je na to objavila odprto pismo, v katerem je označila tudi deželjne himne z Gornje Avstrije, ko roške in solnograške kot problematične. Vse te himne bi potrebovalete meljit premisleg ali preoblikovanje, biše interesna skupina. Na zadnje si je IG Autorinen Autoren pogledala še gradiščansko himno in ponovno našla Rjave Madže. Der Šefredakteur des burgnlandkroatischen Print- und Online-Mediums Novi Glas, Konstantin Vlasic, beschäftigte sich journalistisch mit der Frage rund um die Hymne und ergänzte die Debatte noch um die Ebene der kroatischen Volksgruppe. Glaunio Rednik, gradiščansko hrvajškega Media, Novi Glas, Konstantin Vlasic, se je novinaško ukvare os temo hymne in uras pravo dodau tematiko hrvajške narodne skupnosti. Die zwischen 1935 und 1936 von Peter Zauner und Josef Görlich verfasste burgnländische Hymne erntete durch die Jahre immer wieder Kritik, zuletzt auch in einem offenen Brief durch die IG-AutorInnen. Wo liegen die Problematiken der Hymne? Die Problematiken der Hymne liegen vielleicht schon auch in der Biografie des Komponisten Peter Zauner. Also das hat man bislang nicht gewusst, dass dieser Mensch Nazi-Mitglied war, also Mitglied der NSDAP war und sehr früh mit einer Partie von Menschen nach Leipzig eingeladen worden ist. Ich glaube kurz nach dem Anschluss, um dort bei so einem Gathering mitzumachen, wo auch Adolf Hitler eine Rede gehalten hat. Also ich glaube man fährt nicht gleich nach dem Anschluss, wohin mit, wenn man nicht teilweise auch der Überzeugung war, dass das, was die Nazis propagieren, irgendeine Richtigkeit haben könnte. Also das betrifft den Peter Zauner. Und eine weitere Problematik der burgenländischen Hymne liegt tatsächlich in dem, wie sie entstanden ist. Sie ist ein Werk des Ständestaats. Also noch bevor die Nazis an die Macht gekommen sind, war ja schon Austrofaschismus. Und das Burgenland, das da frisch zu Österreich gekommen ist, ein paar Jahre vorher, hatte noch keine eigene Hymne. Es war tatsächlich so, dass die Vaterländische Front so eine Art Bewerb ausgeschrieben hat und dann ein Lehrer, der in Steinberg im mittleren Burgenland gelebt hat, Ernst-Josef Görlich, hat eine Hymne dazu abgefasst und eingeschickt und gewonnen. Und die erste Strophe geht so, mein Heimatvolk, mein Heimatland, mit Österreich verbunden. Auf dir ruht Gottes Vaterhand, du hast sie oft empfunden. Und da geht es weiter. Es ist ein okayer Text für irgendwie so eine Heimatverherrlichung. Aber was da ein bisschen mitschwingt ist, Ständestaat war ja so etwas wie christlich-soziale Diktatur. Also es musste was rein, was irgendwie zu Gott passt und dass das neu geschaffene Bundesland irgendwie eine Verbindung zu Österreich hat, die es vorher nicht hatte. Also das war so ein bisschen eine Suggestiv-Hymne. Die soll irgendetwas transportieren und das ist, glaube ich, auch ein Problem dieser burgenländischen Hymne gewesen. Was waren die Reaktionen der Politik? Es gab, wo das rausgekommen ist, ich glaube, es war ein Montag. So Montag in der Früh hat man gelesen, dass die IG-Autorinnen, der sich dann später auch andere Autorenvereinigungen, wie, glaube ich, die PEN auch oder die Grazer Autorenversammlung angeschlossen haben, wo die das rausgehaut haben, dass auch die burgenländische Hymne ja ein paar Mängel aufweist. Zum Mittag kam dann so irgendwie die Benachrichtigung aus dem Büro des Landeshauptmanns. Naja, man wird auf der Homepage irgendwie den Historiker, der das aufgedeckt hat, darum bitten, dass er das richtig kontextualisiert. Aber irgendwie an der Hymne selber rütteln, das soll bei Gott nicht passieren. Und das ist dann genauso etwas später passiert. Ich glaube, dann ist als nächstes die ÖVP drangekommen, die gesagt hat, nein, das rühren wir nicht an. Die FPÖ gleichermaßen hat gesagt, das steht fast nicht zur Debatte. Ich kann kurz den Wort laut der FPÖ wiedergeben, die Hymne muss bleiben. Und laut ÖVP ist es kein politischer Spielwahl. Und die einzige politische Fraktion, die sich ausgesprochen hat, dafür, dass man sich eine neue Hymne überlegen möge, dass man die Grünen, laut Grünen-Sprecherinnen habe, das Burgenland noch einige braune Flecken und die könnten entfernt werden, hat Regina Petrik von den Grünen gesagt. Also man sieht, diese Diskussion ist in den burgenländischen Medien nur ganz kurz aufgeflammt und war dann gleich wieder weg, weil die Politik hat ja eh gesagt, passt, wir rühren die jetzt nicht an oder wir kontextualisieren, aber das ist kein Spielwahl nicht. Was ich ein bisschen eine fatale Chance finde, weil nicht nur die Politik hat zu sagen, wer die Hymne von einem Land schreibt und wer die alle singen kann, ohne Bedenken zu haben. Ich glaube, ich könnte die Hymne nicht mehr singen, ohne dass ich jetzt an den Nazi und den Ständerstadt-Background der Hymne denke. Also das ist ganz wichtig, dass in meinen Augen diese Diskussion eigentlich weitergeführt würde. Wie steht es mit den Volksgruppen in diesem Kontext und mit ihren Hymnen? Was die Volksgruppen angeht, ich kenne nur den prognostratischen Zugang, die kommen halt in dieser Hymne nicht vor. Es ist eher, dass das ein vielsprachiges, mehrsprachiges Land wäre, dass es da mehrere unterschiedliche Volksgruppen gäbe. Das kommt in der Hymne, die mit Mein Heimatvolk beginnt, natürlich nicht vor. Und das ist auch etwas, wo man sich denkt, naja, die repräsentiert eigentlich nicht alle, die da leben. Also das wäre auf jeden Fall eine mögliche Erweiterung. Tatsächlich gibt es bei den burgländischen KroatInnen auch eine inoffizielle Hymne, die Marte Mersic-Miloradic geschrieben hat und ich glaube, nicht er selber hat sie vertont, sondern irgendjemand anderes hat sie mal danach vertont und die diskriminiert allerdings andere Minderheiten. Also Marte Mersic-Miloradic war ein Priester und zu dieser Zeit hat das eigentlich geheißen, man war Antisemit, man war höchstwahrscheinlich ein Frauenfeind und war auch sehr stark antikommunistisch zum Beispiel. Also das schwingt alles in der Burgenland-Kroatischen, der inoffiziellen Burgenland-Kroatischen Hymne mit und ja, es kommen sogar Schimpfwörter gegen zwei andere, damals noch beheimatete Volksgruppen des Burgenlandes in der Burgenland-Kroatischen Hymne vor. Wie soll man mit belasteten Kulturgütern umgehen? Welche Good-Practice-Beispiele gibt es deiner Meinung nach? Ich glaube, dass dieser Umgang, da gibt es kein Schema, das man irgendwie drüber stülpen kann. Also wenn es antisemitische Problematiken gibt in einer Hymne, ist das vielleicht etwas anderes, als wenn, ich weiß nicht, die vielleicht im Grunde okay ist als Hymne, aber halt nicht alle Menschen repräsentiert, die in einem Land leben. Was mir jetzt aufgefallen ist so in dieser Diskussion, dass sich auch viele Autorinnen und Künstlerinnen eigentlich nicht mehr damit befassen wollen, da jetzt irgendwas Neues draus zu machen. Ein prominentes Beispiel von jemandem, der die burgenländische Hymne ändern wollte, ist Peter Wagner. Er ist ein Autor und Regisseur aus dem Südburgland, der aber eigentlich auch sehr oft in Kärnten wirkt, im Klagenfurter Ensemble, wenn das die Zuhörer ihnen interessiert. Und der hat schon in den 80ern, glaube ich, mit einer Version der burgenländischen Hymne für Furore gesorgt, in der er sie umgedichtet hat zu Du mein Heimatvolk, mein Heimatland, dem Arsch der Welt verbunden, auf dir ruht manches mächtigen Hand, sie hat dich oft geschunden. Also es ist eine ziemlich klare Verarsche der burgenländischen Hymne und ist auch auf solche aufgefasst worden und da gab es halt so richtig, also da gab es politischen Tumult wegen dieser Hymnenversion von Peter Wagner. Ist heutzutage nicht anders, aber ich habe ihn damals gefragt, im Zuge dieser Debatte, was er von dieser jetzigen Hymnendebatte findet und er hat gesagt, es ist eine Art von vertane Chance gewesen, das 100-Jährige des Burgenlandes auch vielleicht dieser Thematik zu widmen, dass man ihm eine neue Hymne schreibt und es gab da durchaus verschiedene Beispiele, also zum einen von dieser 100-Jahre- Burgenland-Gala, wo so eine mehrsprachige Hymne präsentiert worden ist, die eigentlich in Anlehnung war an die Original-Hymne mit Original-Melodie. Es war kein Abändern des Textes, sondern eher ein, okay, wir dichten ein paar Strophen dazu, die auf Burgenland-Kroatisch sind, aber sie sind keine Übersetzungen der deutschen Hymne, sondern eine Erweiterung, wo es dann um Vielfalt geht und um die Mehrsprachigkeit im Land. Das ist eigentlich etwas, was man dem zugute halten kann, allerdings glaube ich nicht, dass diese Hymne so weit gewesen ist, dass sie jetzt die eigentliche ersetzen hätte können. Also wenn das Land Burgenland eine neue Hymne gewollt hätte, dann hätten die das im Zuge der 100-Jahre-Feierlichkeiten machen können und es gab auch eben nicht nur bei dieser 100-Jahre-Gala, sondern auch bei anderen Feststriften oder irgendwelchen Veranstaltungen zu diesem Jahr Versuche, dem Burgenland eine neue Hymne zu geben und die sind aber nicht vom Land ernst genommen worden, was sehr schade ist und wenn ich so in meine Autorinnen-Kreise hineinhorche, habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich jetzt gerade nicht wirklich wer damit befassen will, was ich auch schade finde. Vielleicht schreibe ich denen, dem Burgenland, noch eine neue Hymne, aber mal schauen, ob die dann auch so vulgär ist wie die von Peter Wagner oder vielleicht auch etwas. Heimatliebe versprüht, Heimatliebe. Auch die Hymne Kärnten Koroschkas trägt die Spuren der NS-Zeit und erntet Kritik von Seiten der slowenischen Volksgruppe. Besonders die schon häufig problematisierte vierte Strophe stößt auf Unmut. Tudi Koroschka Hymna nosi sledove nazističnega Časa, posebe četrto Kitico so predstavniki predstavnice slovenske narodne skupnosti vedno spät kritisierali kritisierale. Brina Kušej bekleidet gemeinsam mit Hanna Novak das Amt der Vorsitzenden des Klubs der slovenischen Studentinnen und Studenten in Kärnten, Klub slovenskih Studenten in Studenten in Koroschke. Gemeinsam mit dem KS6D, dem Klub der slovenischen Studentinnen in Vien Klub slovenskih Studenten in Studenten na Dunaju veröffentlichte der KS6K im April eine Stellungnahme zur vierten strofe. Brina Kušej je skupaj s Hanna Novak predsednica Kluba slovenskih Studenten in Studenten in Studenten na Koroschke. Skupaj s KS6D Klubom slovenskih Studenten in Studenten na Dunaju je KS6K aprila objavil izjavo o četrrti Kitici. Organizacijo IG autorinan je pred kratkim kritično ocenila Koroško himno in še posebej Četrto Kitico. Klub slovenskih študentk in studentov na Koroškem in Klub slovenskih študentk na Dunaju sta napisala skupno stališče k tej diskuzji. Kaj je kritika študentskih organizacij? Prvo je to, da je to sporno Četrto kitico Koroške deželjne himne, ki med drugimu se buje tudi vers Boman mit Pluti Grence šrib, ker se je skrvi opisala meja. Leta 1930 o praznovanju desete obletnice Koroškega plebiscita napisala učiteljica Agnes Milonik. Ona je bila ilegalna nacionalsocialiska in se je tam leta 1933 pridužila nacističnemu ženskemu združenju NS Frontschaft, ki je pa bil tedaj del prepovedane stranke NSDAP. In do tega trenutka, da je ona napisala to kitico, je imela pesem samo tri kitice, ki pa opevajo lepote Koroške po krajine. Po drugi strani pa smo potem tudi še kritizirali dejstvo, da ta čezdrta kitica seveda, ki jo še danes spojajo na uradni slovesnosti dežele Koroške, za 10. oktober nas Koroške Slovenke in Slovence vedno znova spomni, da v te deželi še vedno nismo enako vredne. In to pa prav na tej proslavi pojajo, ker vsako leto znova hvalijo to dobro sožitje med narodoma, čeprav pa kot vsak od nas ve, zahteve po jednakopravnosti, na več področjih še niso izpolnjene. In zato smo pač mi študente bili jasno mnenja, da namesto, da opevamo meje s krvjo, kot je v kitici zapisano, bi se po našem mnenju morali v 21. stoletju jasno opriti zgodovinskemu revizionizmu. Kako je reagiral drželjni glavar? Med predstavniki Koroške drželjne politike je ta izjava Igje Autorinen povzročila veliko razburenje. Deželjni glavar Petak Haizen je naprimer zelo jasno izrazil, da je proti kakošnokolim spremembam kitice. Po svojih besedah naprimer vsebina kitice ni razlog, da bi se slovenska narodna skupnost razburjala. In na našo stališče, katero smo mu poslali, nam je pisno odgovoril, vendar pri tem nikaj omiljil, temveč je zapisal v bistvu isto, kot je javno tudi izjavil medijam. In sicer, da predstavniki drželjne politike ne mislijo, kaj spremeniti na kitici. Omenil je v bistvu le, da bi se naj kitico postavilo v političen kontekst oziroma v zgodovinski kontekst, kar se pa nam zdi absurdno, ker je bi našel prostor za to, da se bo pred petjem četrte kitice razložilo njen pomen ter njeno problematiko. Kako se naj bi ravnalo s himno? Jaz mislim, da zdaj, ko smo 103 leta po plebiscitu, je res že zdavnaj prišel čas, da se himna spremeni oziroma odpravi. Če bi se jo ne črtalo, bi naj v besedilu prišlo jasno, da izraza, da na kruškem že od nekdaj živita dva naroda. Ta nova verzija himne bi namesto, da bi bila problematična in rasistična proti manjšini, bi lahko bila en simbol za enakopravnost obeh narodnih skupnosti. Če bi deželjnega glavarja dejansko zanimalo sožitje obeh narodov, bi se tudi zauzel za to, da bi v himni imela svoje mesto tudi slovenska kitica, naprimer. To bi bil zelo pogumen korak v pravo smer in s tem bi tudi pokazal, da je deželi Koroški in vsem predstavnikom slovenska narodna skupnost in s tem tudi dvojezičnost brez pri srcu. Kako se bi po tvojem mnenju nasplošno ne ravnalo s problematičnimi kulturnimi dobrinami? Za nekatere kulturne dobrine mislim, da je dobro, da ostanejo in se enostavno pripišejo pravilni politični podatki, kot naprimer, pa če je pravil državni glavar, je pomembno, da se jih postavijo v pravilni zgodovinski kontekst. To pa seveda samo, če je to tudi dejansko možno. Pri enihimni naprimer to enostavno ne bi bilo možno in ne bi bilo izvedljivo. Osebno sem mnenja, da predvsem z umetnostjo se lahko zelo veliko naredi, kot naprimer trenutno na Domplacu, kjer je spomenik za vse žrtve partizanov in je iniciativa Domplac začela tisti projekt, ko se lahko umetniki udeležijo in vsak nekako pošle svoj osnutek, kako bi lahko ta spomenik spremenil v nekaj dobrega. Al di beispiele belasteten kulturgutes hab enes gemensam. Man kan si nicht so stehen lassen, wie si jetzt sind. Der umgang mit belasteten kulturgut ist ein gemeinsames projekt, welches den veljen zum handeln und zur veränderung von seiten aller beteiligten bedarf. Usain primerum ob remenijen ich kulturnih dobrin jeskup no eno. Nemoremo ich postiti takšne kot so. Raunanje problematits nimi kulturnimi dobrinami jeskupen projekt, ki sahteva voglio da aktie ins premembe sestraniu sechstrang. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich herzlich. Hvala dass